Ja, ihr seht richtig, ey. Heute ist einfach Doppeltgeldstadt anstatt Doppeltgeldbesucherevent. Ich hab so viel gesammelt, wahrscheinlich genauso wie ihr, und jetzt ist einfach Doppeltgeldstadt. Und ich erzähl euch warum. Hadey hatte am Montag eine Wartungspause, um die Stadt zu reparieren. Weil es gab ja immer Fehler hier in der Stadt, persönlicher Zug, Produkte wurden nicht hinzugefügt und so weiter und so fort. Und das wurde ja am Montag repariert. Und mit der Wartungspause wurden zukünftige Doppeltgeldbesucherevents, beziehungsweise auch das, was jetzt am Donnerstag war, automatisch wieder in die normalen Stadtevents geändert. Und ich bin auch mega verärgert, dass es so ist. Und auch, dass keiner Bescheid wusste und keiner Bescheid gegeben hat, ärgert mich noch mehr darüber. Ich hätte mich so auf das Event gefreut, dass ich endlich Decken verkaufen konnte, Kirschen, alles, und jetzt einfach Doppeltgeldstadt. Bin einfach nur sprachlos. Was ist eure Meinung dazu, Leute?